Liebe YouTube-Freunde, Bauerhausen mit dem Motorrad unterwegs, hier auf dem Laubenberg Pass, 1540 Meter. So liebe YouTube-Freunde, nächste Passhöhe geschafft, Glauben Bielen, 1600 Meter über dem Meer und fast alleine auf der Strasse. Das ist einfach wunderschön. Jetzt auf dem Schallenberg angekommen. Die Huse gehen 167 Meter. In der Rarität, Moko Kala hat jetzt eigentlich. So, es ist jetzt 5 nach 12. Nach 200 Kilometer Fahrtstrecke, Fahrzeit bei 3 Stunden, darum bin ich wieder zu Hause. Ja. 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 Ja.